ja willkommen freunde des gepflegten computerschachs mm5 mit schwarz gegen silver starschess ist hier angesagt wieder im audiokommentar weil zu lang der m5 entschließt sich dafür die pirg ufim zufassers glaube ich verteidigung zu spielen silver starschess hat kein buch spielt aber eigentlich recht ein plausibles schach dafür dass er ohne buch spielt engt den m5 ein wenig ein in der position hier und der laufer g4 laufer e2 im springer g5 geht aktiv zu werke während der könig sogar auf e2 nimmt die große überraschung hier b2 wird angegriffen mit b3 gedeckt und da am a6 gibt ein schachgebot könig nach f nein ich habe mich da ein bisschen fatal mit den zügen hier ich habe nicht gesehen dass der könig nach f2 gezogen hat das ist sehr schwierig dass auf diesem mittelbrett auszuführen und irgendwann einmal in ferner zukunft kommt da lipo auf die idee diesen zug auch mal auszuführen diesen könig zug hier hat das mal gemacht könig g3 das kann ja mal passieren deswegen werde ich wohl demnächst einfach mal per emulation das machen also den m5 die getunten m5 den 18 megahertz mal damit dieses problem nicht mehr auftreten des auf drei brettern übertragens und man sieht schon sonst ja momentan sieht das noch ganz okay aus die stellung man könnte meinen dass schwarz auch eigentlich recht gutes gegenspiel hat das wird sich dann jedoch dank eines tapferen opfers dieses opfers auf d5 der silvestar chef mit jetzt auf gewinnspielen gibt die figur quasi für drei bauern ja gut a2 fällt dann wieder nur zwei bauern aber diese beiden bauern sind halt sehr starke freibauern ich weiß ob der m5 das dann später einfach nur übersehen hat oder nicht in den berechnungen hatte rausselektiert hat was auch immer ich hätte eigentlich gedacht später kommt damit die 5 schlägt mit ihm ist natürlich das matt auf g3 gedeckt werden ist ja ganz klar könig a7 a6 der bauern marschiert weiter nach vorne h5 engt den könig ein bisschen ein ja und hier sehen wir es gleich hier dame schach jemand man erst würde dauer schach geben aber da ist hier was das spiel a7 und hätte ich erst gedacht dame d5 schlägt das würde ja a8 absichern stattdessen zieht aber hier vielleicht einfach dame i8 gekommen dann trotzdem dame aber man sieht schon hier ist total pleite das ganze hier jetzt hat er einfach nur zwei bauern weniger und ich weiß nicht was ich weiter dazu sagen soll hier eine richtig ein klare angelegenheit für silvers tasches auf stufe 7 der höchsten stufe und ich werde demnächst mal machen in den emulierten m5 mit 18 megahertz spielen lassen da muss ich auch nicht mal hier auf drei brettern das ganze den tanz auf drei brettern machen ansonsten ist natürlich jetzt sowieso beendet steht auch gleich wie sein beim m5 und ich bedanke mich für das anschauen verabschiede mich bis zum nächsten mal 2 zu 0 mittlerweile für den silvers tasches ne anderthalb zu anderthalb anremi hat er geschafft der m5